Wir sind die Veranstalter des Faschungsumzugs hier in Stuttgart. Und seit vielen, vielen Jahren. Es werden dieses Mal etwa 55 Gruppen teilnehmen. Wir sind die Veranstalter des Faschungsumzugs. Wir sind die Veranstalter des Faschungsumzugs. Wir sind die Veranstalter des Faschungsums. Wir sind die Veranstalter des Faschungsumzugs. Stuttgart ist gut. Hello! Hello! Hallo! Willkommen Sie! Von der Karnevalsgesellschaft Rosenmontag. Gefällt es Ihnen in Stuttgart? Ja, wunderbar. Es macht richtig Spaß. Gute Stimmung. Waren Sie nun? Die waren auch schon bei welchen dabei? Wir waren in Thalheim. Ist ein bisschen weiter weg. Welche gefällt Ihnen besser? Stuttgart oder Thalheim? Sind beide gut. Beide unterschiedlich, beide gut. Hallo! Die Gesellschaftszigeunerinsel. Ja, saumäßig. Richtig gut, ja. Waren Sie auch schon mal? Ja, Rottenburg waren wir letzte Woche. Und was finden Sie fest? Stuttgart. Vielen Dank.